So, heute erkläre ich euch wieder einen neuen Trick. Da Olli und Kickflip aber für viele viel zu schwer war, gibt es heute mal einen leichteren. Wir üben heute den Double Flip Crossfoot. Klingt erstmal ganz easy, ist aber eigentlich ganz leicht. Für den Trick braucht ihr nur ein Skateboard und eine Powerbank für richtig Power. Ganz entspannt fangt ihr an, ihr stellt euch auf euer Skateboard, hier hinten auf den Tail und der vordere Fuß so ein bisschen angewinkelt in der Mitte. Ja, dann müsst ihr eigentlich nur in die Knie gehen, zweimal flippen und eure Beine überkreuzen. Relativ easy.